Nefa, liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von... Naja, es ist die erste, aber das sag ich sonst so auch immer. Das tu ich gar nicht mehr, oder? Es ist so lange her, dass ich irgendwie was normal Vloggiges aufgenommen hab. In der letzten Zeit kam ja immer nur irgendwie Essvlog oder Kochvlog. Ich musste erstmal irgendwie wieder reinfinden. Aber heute hab ich mir was ganz besonderes ausgedacht. Ich hab immer von all euren Kommentaren so die meisten gestellten Fragen zusammengesucht. Also, ne, ihr wisst alle Woche was hinaufläuft, worauf das hinaufläuft, auch super. Dies hier wird ein kleines FAQ. Frequently Asked Questions. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die meisten Leute in Deutschland gar nicht wissen, was das heißt. Also FAQ. Oder Frequently. Ist ja auch egal. FAQ-Time, Leute! Wuhu! Und weil das so ein besonderer Anlass ist, heute nicht dramatische Beleuchtung. Und das hat nicht einfach zu bedeuten, dass ich keinen Bock hätte, die zweite Videolampe aufzustellen. Aber jetzt haben wir hier ein bisschen Licht- und Schattenspiel. Guck mal, das ist eine Ente. Ich weiß nicht, wo das eine Ente sein soll, aber mit ganz viel Fantasie. Ich hab hier übrigens noch so Pfefferminz-Sticks. Die sind so geil. Die sind viel besser als die von After Eight, die originalen. Die sind von Eidi, von Lidl gibt's auch welche. Die sind beide extrem gut. Und wisst ihr was? Kaum nehm ich wieder einen normalen Blog auf, Achtet das wieder an deinen S-Blog aus. Ich muss die jetzt wegpacken, das geht sonst nicht. Das kann ich doch nicht bringen. Ich muss doch auch irgendwie mein Formaten bleiben. Ich hab irgendwie keinen Bock mehr ein FAQ zu machen. Deswegen reden wir jetzt über... Über... Ähm... Ich hab nen Bass. Das ist auch toll, ne? Ist der nicht wunderschübsch? Und ja, ich kann ihn spielen. Ich hab grad nur irgendwie... Ich sollte... Ich wollt eher cool aussehen als cool spielen. Ach egal, das mach ich später. Es gibt irgendwann auch mal einen Musikvlog oder so. Wo ich dann ernsthaft Musik mache und nicht sowas. Wir sind jetzt schon irgendwie zwei Minuten im Video und das ist... Geht doch lange nicht um das, worum es eigentlich gehen sollte. Und ich hab vergess mein Handy schon zu schalten. Äh... Schnitt! Apropos neue Dinge. Ich hab auch ein neues Handy, mit dem ich extrem glücklich bin. Ich hatte vorher immer das Samsung Galaxy S4 Mini. Die normale Variante ist mir einfach zu groß. Das kommt mit meiner Hosentasche einfach nicht klar. Äh... Und da war mein einziger Kritikpunkt... Das ist ein Ticken zu klein. Und HD wäre nett. Und jetzt hab ich das S5 Mini und das ist ein Ticken größer und hat HD. Ich bin so glücklich. Und es hat so eine LED-Leuchte hier. Die leuchtet halt, wenn ich angeschrieben werde. Und ich wusste es bisher nicht. Aber das ist das, von dem ich immer geträumt habe. Ja. Ich bin heute nicht sehr fokussiert. Zum Glück... Habe ich hier einen Plan. Danach sollte ich mich jetzt vielleicht auch mal richten. Was gefällt dir eigentlich am meisten am Videos machen? Also natürlich die Werbeeinnahme in erster Linie. Denn wie jeder weiß, mit jedem Video verdiene ich 3000 Euro. Ach, das wäre so schön. Nein, was mir am Videos machen gefällt, ist einfach... Also den technischen Aspekt finde ich total geil. Ich schneide auch super gern. Allein deshalb mache ich manchmal Videos. Nur um zu schneiden. Ich mag es einfach zu reden. Mich auszudrücken. Wie ein Pickel. Läuft auch ungefähr aufs selbe hinaus. Es ist beides eklig und tut weh. Welche Kanäle guckst du gerne? Oh, that's a tough one. Das kann ich glaube ich so gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie viele Kanäle habe ich abonniert? 70? 80? So um den Dreh? Deswegen werde ich jetzt einfach erst mal nachdenken, bei welchen Videos ich mich am meisten freue, wenn ich sie in meiner Abo-Box sehe. Das ist einmal, wenn neue Reviews von IT4-Games kommen. Die gucke ich unglaublich gern. Das Netzwerk von Studio 71. Eine großartige Serie, die extrem im Unterhaltungswert von Folge zu Folge schwankt, aber allgemein mich sehr, sehr unterhält. Game Theory und Film Theory sind tolle Channels, die ich gerne mag. Ich glaube im Großen und Ganzen war es das. Ja. Sag mal, lebt ihr überhaupt noch? Da kam gar nichts mehr. Weil ich A, manchmal einfach wenig Zeit habe, Schrägstrich, ich einfach nicht gerne drehe oder aufnehme, wenn jemand im Haus ist. Und B, äh, ja, ist bei mir einfach... Ich kann durchaus kreative Ideen haben und gute. Aber das dauert halt immer eher so drei, vier Monate als drei, vier Wochen. So schnell bin ich leider nicht. Machst du das alles selbst oder gibst dann ein Team? Äh, natürlich mach ich alles alleine. Vor allen Dingen Lives Parts. Ich hab echt lange gebraucht immer im Make-up, damit ich so aussehe wie live. Aber doch, doch, ich mach alles alleine. Ja. Sag mal, wie kommst du auf deine Ideen eigentlich? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also die Hälfte der Ideen kommt in Gesprächen mit meiner Mutter, mit Kia, mit Live, mit irgendwem. Ein Viertel der Ideen kommt, wenn ich Bahn fahre oder draußen rumrenne oder grad irgendeinen Job habe und da Leute beobachte. Und das andere Viertel ploppt mir einfach in den Kopf und will dann nicht wieder raus. Machst du das mit YouTube jetzt für immer? Oh, ich hoffe sehr, sehr lange. Also ich wollte sowas eigentlich auch beruflich einschlagen, Mediengestalter oder etwas in die Richtung. Ähm, aber nein, ich würde das auch privat trotzdem weitermachen. Dann, wenn ich wirklich Vollzeit sowas mache beruflich, natürlich noch mal weniger frequentiert. Äh, aber doch, würde ich gern. Der Punkt ist halt bei mir immer, dass ich extrem wenige Zuschauer habe, weil ich die Videos halt nicht für die, für die breite Masse produziere. Und hier wollte ich jetzt eventuell noch einen Gag reinschneiden von betrunkenen Zuschauern wegen, ne, breiter Masse, meinen Zuschauern. Ich habe eine breite Zielgruppe. Ha, 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 ha. Ach, ja, habe ich eben nicht. Ich bin sehr speziell. Und ich verstehe auch, wenn man mich nicht leiden mag. Woher nimmst du eigentlich die Kommentare? Dir schreibt doch nie jemand. Wir schreibt. Oh. Äh. 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 Aber, weißt du, das äh... Ganz einfach, ein Punkt, dass äh,.... Äh.... …dass ich jetzt ganz schnell los muss. Ist du wirklich so erbärmlich, dass du Kommentare faken musst? Traurigerweise ja, bin ich wirklich. Ich weiß, ich habe wenig Zuschauer, aber die, die ich habe, dürften gerne wenigstens was schreiben. Es ist traurig. Mein ganzes Leben ist traurig. Nächstes Mal fange ich die Kugel nicht mit den Zähnen. Sondern mit den Zähnen. Und deshalb schreibt mir niemand. Tschüss. Und so sieht es aus, wenn man inaktive Zuschauer hat. Dort oben seht ihr meinen letzten Essvlog, wo ich Gewürzspekulatius esse. Und da unten kommt ihr zu, das Netzwerk.